Schau mal da oben! Was seht ihr da oben? Flätter? Diese Lianen? Eine Lianen? Das ist ein Parasitbaum, das ist eine Kratia. Weil da in dem Baum, da gibt es ein Loch. Und da wächst dann die Wurzel von richtig unten und dann zieht sie einfach aus. Und der Baum, der da hinten ist, das ist eine Majestika. Also ein Baum im Baum? Ja, genau. Wenn ihr die andere Seite anschaut, dann macht der Baum auch noch kaputt.